Josef Reding Zwischen den Schranken Solange ich denken kann, sagt Mutter zum Schrankenwärter Rechke, danke. Sie sagt es jedes Mal, wenn er die weiß-roten Schlagbäume wieder hochkurbelt und wir an seinem Wärterhäuschen vorbeigehen können. Ich wusste bisher nicht recht, warum Mutter ihr Danke sagt. Sonst spricht keiner mit dem alten Rechke. Jeder sieht zu, dass er so schnell wie möglich im Männchenrudel über das Doppelgleis in die Stadt hinein oder aus ihr herausgelangt. Schließlich muss man ja lange genug warten, bis Rechke die Sperrmasten wieder hochleiert. Erst will der Güterzug gar nicht kommen und Rechke muss ärgerliche Blicke über sich ergehen lassen, weil er die Schranke so früh zugemacht hat. Und kommt der Zug endlich angerumpelt, dann will er kein Ende nehmen. Von rechts nach links die Waggons mit Kohle, Koks und Maschinenteilen. Das sind die, die ins Werk rollen. Und von links nach rechts, Güterwagen voller Kisten mit Tabletten, gegen eine Unmenge von Krankheiten auf der Welt. Das sind die Tabletten aus der Arzneimittelfabrik. Graue Kohle und schwarz glänzender Teer, daraus macht man dort schneeweiße Pillen und bunte Pulver. Wenn die Waggons aus dem Werk zwischen den Schranken dahin rollen, dann stelle ich mir vor, wohin die Heilmittel schließlich kommen. Eine Kiste Tabletten gegen Gelbfieber nach Kapstadt in Südafrika. Drei Behälter Impfstoff gegen giftige Schlangenbisse nach Manaus am Amazonas. Und Fässer Kopfschmerzpulver nach London, Paris, Washington und Moskau, weil dort die Regierungen wohnen, die so viel denken müssen, dass ihnen die Schädel brungen. Mir wird es also nicht langweilig vor den rotbraunen Güterwagen. Aber einige Erwachsene legen mit ruckartigen Bewegungen ihre Armbanduhren bloß und murren. Nimmt dieser Lindwurm denn gar kein Ende? Oder wann ist endlich die Unterführung da, die die Stadt uns seit Jahr und Tag versprochen hat? Aber die schweren Güterwagen lassen sich in ihrer Fahrt nicht stören. Sie grollen höchstens ein bisschen, wenn sie vorbeiziehen. Schließlich ist auch der letzte Wagen mit dem Bremserhäuschen und dem fröhlichen Schlusssignal weg, das aussieht wie ein Wimpel in der Sandburg. Plötzlich sieht man die Menschentraube vor dem Schrankenbaum auf der anderen Seite. Knarrend und klingelnd heben sich die Masten aus der Waagerechten in die Senkrechte. Wir trappeln über die Gleiskörper. Mutter sagt ihr Danke. Und Rechke an seiner Kurbel nickt zu uns herüber und ruft, Ist ja selbstverständlich. Und guten Einkauf, Frau Kirsten. So ist das an jedem Samstag, wenn wir zum Wochenmarkt gehen. Wir, das sind Mutter, Heinzchen, Bettina und ich. Nur hat sich seit dem vorletzten Wochenende etwas verändert. Eine Kleinigkeit nur. Jetzt sagen wir nämlich alle Danke zum Schrankenwerter Rechke. Warum? Das ist eine Geschichte für sich. Der blaue Campingbeutel zog mächtig nach unten. Unser Waffeleisen war darin. Es musste zur Reparatur. Am Bügel des Campingbeutels hielt sich Bettina fest. Sie tat zwar so, als ob sie eifrig mittrüge, aber die Last wurde dadurch nicht leichter. Boah, stöhnte ich, als wir im Nieselregen vor der geschlossenen Schranke standen. Stell den Beutel so lange hin, sagte Mutter, die Heinzchen auf dem Arm trug. Solltest du etwas schlapp sein, wo du doch schon ganze Waffel Berge vertilgt hast? Eigentlich dürftest du das Eisen, mit dem sie gemacht werden, schon gar nicht mehr spüren. Dabei lächelte Mutter verschmitzt. Wirklich, in unserer Familie und in der Klasse bin ich als Landesmeister im Waffelfuttern berühmt und berüchtigt. Je länger die Schranke unten blieb, umso länger konnte ich mich ausruhen. Aber ausgerechnet heute prustete nur eine einzelne Lokomotive vorbei. Es half nichts. Der schwere Campingbeutel musste wieder hochgenommen werden, wenn auch die Muskeln dagegen waren. Auf dem verregneten Pflaster ging ich im Zickzack, weil manche Leute wie Wildpferde auf mich zustürmten. Sie hatten wohl noch nichts von rechts gehen gehört. Ich war froh, als die Gleise hinter uns lagen und wir wieder in ruhigem Fahrwasser steuerten. Die Schranken klickten schon wieder herunter. Rechke hatte die kurze Zeitspanne zwischen dem Abdampfen der Lok und einem gemeldeten Gegenzug dazu benutzt, die ungeduldig Wartenden durchzulassen. Jetzt musste er sich beeilen, die Fahrschneise wieder dicht zu machen. Klirrend schlugen die Eisendrahtstäbe unter den Masten auf das Straßenpflaster. Ich wollte den schweren Beutel von einer Hand in die andere wechseln. »Lass los, Bettina«, sagte ich, schaute zur Seite hinunter und erschrak. Bettina war nicht mehr da. Bei dem Gewicht des Beutels und den Ausweichmanövern hatte ich nicht bemerkt, dass Bettina sich von dem Tragbügel gelöst hatte und zurückgeblieben war. Als ich mich umdrehte, ließ ich den Campingbeutel fallen. Bettina stand gebückt dicht hinter der herabgelassenen Schranke. »Bettina«, rief ich und rannte zu ihr hin, aber sie hörte mich nicht. Angestrengt blickte sie auf das nasse Straßenpflaster. Ein Stück von einem bunten Pappdeckel lag da. Jetzt stand ich vor der Schranke. »Bettina«, schrie ich aus Leibeskräften. Da schaute sie auf. Die Augen, die gerade noch wie verträumt ausgesehen hatten, wurden groß vor Schreck. Jetzt erst sah Bettina, dass sie zwischen den Schranken gefangen war. »Hierher, Bettina, schnell!« Aber Bettina wich vor der Schranke zurück, als ob sie sich von dem grellfarbenen Balken bedroht fühlte. Schritt um Schritt ging sie rückwärts auf die Gleise zu. Ihre Hände verkrampften sich über dem Regenumhang. Ich stemmte mich auf dem Balken der Schranke hoch, wollte hinüberklettern. »Zurück!«, dröhnte es da aus dem Wärterhäuschen. Rechtgesetzte mit einem Sprung über die Treppenstufen, kam mit einem Bein auf dem Pflaster auf und humpelte und stolperte auf Bettina zu, die sich die Kapuze über die Augen gezogen hatte und wimmernd zwischen dem Doppelgleis stand. Ein heiserer, drohender Pfiff. Noch einer, viel näher und ein grässliches Kreischen von Eisen über Eisen. Die Lok. Rechkel riss Bettina hoch und lief in einem seltsam zuckenden Trab aus dem Gleisbereich. Dann glitte auf dem schlüpfrigen Pflaster aus und schlug mit der Schulter hart gegen die Schranke. Da fauchte die Lok heran. Die Räder standen. Der Lokführer hatte gebremst, aber die blockierten Räder schoben sich noch eine Strecke über das nasse Gleis. Die Masse aus Stahl und Eisen glitt dahin wie ein Schiff, das vom Stapel läuft. Jetzt drückten nur noch die letzten aufeinanderprallenden Waggons die Lok ruck um ruck weiter. Und jetzt... stand sie. Der Tender ragte über die Stelle, von der Rechkel unsere Bettina noch vor wenigen Augenblicken fortgerissen hatte. Im aufquellenden Dampf, der nach allen Seiten aus der Lokomotive strömte, konnte ich nichts mehr sehen. Ich legte meinen Kopf auf die regennasse Schranke und weiß bis heute noch nicht, ob ich geheult habe oder ob ein Zitterkrampf mich packte. Am Abend erst konnte Bettina widersprechen. Was lag denn da so Schönes, dass du gar nicht gemerkt hast, wie die Schranken herunterkamen? fragte Mutter. Da war ein Deckel von Keks, druckste Bettina. Darauf war eine feine Dame und die aß Keks aus einer Schachtel, wo wieder eine Dame drauf war. Und auch die aß Keks aus einer Schachtel mit einer feinen Dame. Ich glaube, ich habe hundert Millionen feine Damen gesehen und wollte doch wissen, ob sie nicht mal alle werden. Wir lachten, zwar wie mit einem Kloß im Hals, aber wir lachten. Mutter sagte, kleine Träumerin. Dabei strich sie Bettina über den Struffelkopf. Mir ging es ähnlich, als ich klein war. Mit Opas Schnupftabakdose. Darauf war ein Indianer, der wieder aus einer Dose Schnupftabak nahm, auf der wieder ein Indianer abgebildet war. Und so ging es weiter. Scheinbar bis ins Unendliche hinein. Als Bettina schon ins Bett gebracht war, erzählte mir Mutter noch von Herrn Reschke. Jetzt erst erfuhr ich, dass der Schrankenwärter einen Fuß aus Holz und Leder hat. Eine Prothese nennt man das. Der richtige Fuß ist ihm im Krieg von einer Panzergranate abgeschossen worden. Und als Reschke mit Bettina vom Gleis fortsprang, war sein künstlicher Fuß zersplittert. Macht nichts, Frau Kirsten, hat Reschke gesagt, als wir ihn am anderen Tag in seiner Wohnung besuchten. Bei mir war sowieso ein neuer Fuß fällig. Der Alte fing an zu drücken. Die Krankenkasse lässt mir gerade einen schönen, funkelnagelneuen verpassen. Sogar mit einem dicken Zeh aus Plastik. Aber kein Wort mehr darüber, Frau Kirsten, brummte Reschke. Ist ja schließlich mein Revier zwischen den Schranken. Da bin ich verantwortlich, wie ein König in seinem Reich. Wirklich, mehr sagte Reschke nicht über die Sache. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass wir jetzt alle Danke sagen, wenn wir an Reschke vorbeigehen? ein Schafler aus Plastik. Musik Untertitelung des ZDF, 2020